Moin Leute, Willkommen zurück, eher gesagt, Willkommen zu, ihr seht's, Rocket League, mein erstes Video über Rocket League, ich hoffe, ich sag alles richtig, ich verspreche mich nicht, und dann pflegen wir. Okay, Leute, es geht jetzt los, und natürlich gleich am Anfang, wer kackt, oder? Oh mein Gott, nein, mein Teammate hat sich zum Glück abgepackt, ich würde sagen, wir spielen zur Einführung Bruce Grindeth, ich glaube nicht, okay, gestern ist leider kein Video gekommen, aber dafür, ähm, von Mobbing, zwei, ich hoffe, es ist okay, ähm, morgen kommt dann auch wieder, mein Gott, Pflanze, Mondes, Blüter, das zweite Video dürft ihr euch aussehen, entweder von Rocket League, oder noch mal von Minecraft, oder von Fortnite, oder von GTA, dürft ihr euch aussehen. Oh mein Gott, nein, knapp, 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 knapp. Bisschen weg. Ich bin so lost in Rocket League, ich konnte es nicht sagen. Ich spiele es auch gar nicht mal so lang, ich habe es jetzt mal eine Zeit lang gelöscht, und dann jetzt einfach bei der Rungegrave, und ich habe es schon circa vier Monate mal gespielt, oder so. Oh mein Gott, also, das ist so gut, ich habe mir schon mal eine bisschen mit der Rungebacken, oder so, in der die ersten Rungebacken, die dann haben wir noch sehr long gehalten. Ich habe es schon mal sehr wenig gehalten, sondern wir waren immer wieder durch, und ich bin gerade einfach schon beim ersten Mal schon ab, was ich schon will, ich bin schon mal so weit, ich bin schon mal und ich bin schon mal etwas davon, ich bin schon mal so gut, dass ich noch mal so noch nicht gehalten habe. Und dann rollt der Ball hoch, ach man. Ist das mal ne Explosion von mir? Jetzt geht wieder weiter. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, 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 nein. Ich bin so lost, habt ihr es gesehen? Ey, guckt es euch an in der Urlaub. Ich bin so lost, ich hätte einen Meter zurückfahren müssen. Okay, nice. Oh mein Gott, nein, nein, nein. Aaaaaaah, Eigentor. Das war ein Eigentor von mir. Okay, ich zeig dem Teammate, dass er nicht leften muss, weil ich so schlecht bin. Ich zeig ihm, dass ich jetzt ein Tor sehe. Hä? Warte mal, wir haben die drei Punkte. Oh Mann. Hilfe. Oh mein Gott. Okay, ich seh schon, es ist wieder viel zu schneiden im Video. Ich bin so, das war drauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bemerke mich an den anderen Tag. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, es geht los, Leute! Wir spielen jetzt mit extra Modus. Bäm! Oh nein! Oh, ich hab nen Magnet! Da wurde ich teleportiert und ich glaube... Ach, ich bin ja... ...oranisch, das heißt... ...weiser an! Alles genau in der bestimmten Reichweite. Ich glaub schon, dass wir so in einer bestimmten Reichweite gehen können. Ich weiß nicht, ich glaube nicht. So, tut mir los. Oh, ich hab Boxer zu! Nein! Okay, ich hab nen Zaug noch. Dann kann ich doch den machen. Den, oder? Wieso kann ich den denn ranziehen? Wieso kann ich den denn ranziehen? Gibt es nur auf einer bestimmten Reichweite? Ich glaub schon, oder? Ich glaub so circa... ...hälfte des Spielfeldes zu erreichen. Ich glaub so, ich glaub so... Oh Gott! 5 Sekunden... 5 Sekunden, dann komm ich rein. Oh Gott, wenn ich das... Oh, ich kann niemanden eliminieren! Oh Gott! Ich würd weggehen! Ich würde gleich... Nein, bitte nicht! Oh mein Gott! Nein, nein, nein! Oh mein Gott, was ist das für die Mucke? Nein! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ne, das war schon mal fertig. Aufhalten ist es immer gut. Was ihr euch merkt. Oh my gosh. Ich weiß nicht, der hat gleich Stress gemacht. Okay, die wurden alle nur Stress gemacht. Und alle nur Stress gemacht. Ich wollte ihnen das Tor klauen. Ich wollte ihnen das Tor klauen. Mann, weil ich auch mal ein Blut machen wollte. 2-1 aber. Wir können es doch schaffen. Okay, gut, 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 gut. Nein, nicht gut, doch gut, nein, nicht gut. Doch, doch, nein. Nein, doch, doch, nein. Oh Mann. Ich hab weh. Also auf deutsch heißt das einführen. Ich kann den Ball einführen. Okay, nein, 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 nein. Meine Schuld. Okay, warte. Ich will mit den Wiederholungen. Ach, wir können die Wiederholungen auch umgehen. Nein. Wegen meinem Freeze haben sie ein Tor geschossen. Oh, Chileborn ist manchmal sehr nützlich. Das war's. Ich wollte einfach nur eine Neuheit. Oh, ich hab einen saugknopf. 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 Oh mein Gott, schnell. Oh mein Gott, schnell. Okay, Leute. Das war schon mal ein cooles, nicees Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Morgen kommt zwei Videos. Einmal an mein Kopfpflanze. Und dann das andere Video. Ein Video könnt ihr euch ausdenken. Schreibt einfach in die Kommis von diesem Video. Und dann. Also rein. Ihr könnt einfach Fortnite. Schreibt einfach rein. Morgen Fortnite. Oder morgen mit K. Oder morgen Rocket League. Und morgen auf drei. Tschau. Tschau.